Hallo Leute und willkommen zurück zum Adventspecial. Ja, da sind wir wieder. Ich habe jetzt so eine Woche, glaube ich, eine kleine Pause hier gemacht. Ich glaube, wir sind hier stehen geblieben, dass wir die Schienen weitermachen. Glaube ich einfach mal. Sieht so aus, ich... Ja doch, ich glaube schon. Mal sehen. Und ich würde euch sagen, wir machen hier gleich weiter. Also hier sind wir stehen geblieben, genau, noch ohne Fackel. Ich muss mich wieder ein bisschen eingewöhnen. So. Ich glaube, es wäre jedes zehnte. Oder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Genau. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Genau, dann machen wir wieder eine Fackel ran. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Äh. Genau, 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 so gehört das. Oh Mann, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich muss das nur kurz ein bisschen korrigieren. Bei mir war das gerade ein bisschen laut. Ich muss das auch kurz ein bisschen korrigieren. So, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Ich hoffe, das klappt so. Weil es hier andauernd bergauf und bergab geht. Ja. Drei, vier, fünf. Ja, okay, hier ist es dann, glaube ich, klar. Hm. Ja, ich denke, das... Ja. Ah, so würde ich das lassen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Sorry für mein Handy gerade. Ich habe es mal wieder nicht irgendwie leise gemacht oder so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Dann würde ich mal sagen... Wir versuchen die Strecke jetzt mal. Ich hoffe, es klappt so. Dazu brauchen wir unser Minecart. Und ich schaue mal kurz, wer hier stört. Wenn ich sie entsperren könnte. So, eine kurze Antwort verfasse, es tut mir leid. Okay, dann hätten wir das auch geschafft. So, ich glaube, unser Minecraft steht irgendwo oben. Eventuell ist es auch ein Gleis, keine Ahnung. Hier habe ich sie ja nicht. Nee. Wir werden es gleich sehen. Und als nächstes wäre dann am Plan, dass wir diese... Also, fängt hier irgendwie schon an, dass wir das hier halt ein bisschen schön machen. Ja. So, achso, ich... Ja. Ich bin gespannt. Okay, von hier klappt's. Jetzt noch in die Richtung. Das finde ich toll. Gut. Offenbar hat's ja geklappt. Wobei, wir könnten auch gleich mal den... Ja, eigentlich den Bahnhof machen. Zumindest so notdürftig. Warum ich jetzt zu Fuß hingehe, naja. Keine Ahnung. Wir werden es wohl nie erfahren. Wir werden es wohl nie erfahren. Wir werden es wohl auch als Auskabelsturm machen. Irgendwie, dass das hier so reinkommt. Okay, das ist ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. Äh, so. Ja, ich denke, das reicht. Hm. Ja, ich glaube... Wenn das nur drei breit ist, ich glaube, das geht. Ja, ich glaube, das geht. Ich glaube, das kann ich gleich sehen. Okay, hier passt das dann, glaube ich, schon. Ja, na, oder? Hm. Machen wir so. Und hier würde dann eigentlich so einer herkommen. Und wir müssen mal kurz schauen, ob wir irgendwo... ...bisschen Cleanstone haben. Vielleicht im Lager. Hm. Okay. Vielleicht zu Hause. Nee. Ja. Ja, das ist gut. Aber wir werden sowieso zwei brauchen. So. Gut. Dann könnten wir eigentlich auch mal... ...was essen. Okay. Das war kein guter Plan, dass ich nicht mit dem Minecraft runtergefahren bin. Merke ich gerade. Für die nächste Folge überlege ich mir dann, ob wir zuerst... ...ja, wie soll ich das nennen? ...die Verzierung, keine Ahnung, von dem Ganzen her machen oder zuerst den Bahnhof. Das werden wir noch sehen. Auf jeden Fall nach der nächsten, ja, Adventfolge, also beim dritten Advent. Ich denke, da ist das alles mal fertig, oder zumindest fast fertig. Ich mache das auch einfach mal hier hin. Soll ich jetzt nur mal raufkommen. Rauf, genau. Soll ich nur mal raufkommen. Ja, danke. Ja, das klappt. Das ist gut. Diese eine Versuchung machen wir jetzt noch und dann ist die Folge eh schon zu Ende. Genau, und jetzt von hier weg. Ja, das klappt. Gut. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Hoffentlich morgen. Und ja, ich verbrauche nur noch schnell die Zeit, bis ich da oben bin. Ich habe viel zu früh begonnen. Ja. Jo, dann danke fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Ciao, Leute.